Auf Weihnachten hin, wenn ich da in Ohio bin, verbringe ich meine Zeit im Portage Country Club. Es ist ein Club, dem ich 1989 beigetreten bin, hier in Ackermann. Es ist eine etwas gehobene Klasse, aber ich fühle mich trotzdem wohl. Genau 1989 wurde der Club gegründet, genau in dem Jahr, als ich das Grundstück von meiner Tante geerbt habe. Damals wusste ich nicht, dass ich noch öfters an den Wochenenden meistens in diesem Club sein werde. Und vor Weihnachten ist es am schönsten. Meine Freunde bringen ihre Kinder mit und alles geht rund hier. Ich liebe den Club deshalb, weil er so natürlich ist. Nicht überzogen und er strahlt Wärme aus. Und das nicht nur vor Weihnachten. Denn alle, die hier im Club sind, haben ihre Sicherheiten und können den Platz hier mit den Kindern genießen. Gern wäre ich noch mal Kind in dieser Zeit, um diesen Club aus Kinderaugen zu sehen. Es macht Spaß, ihnen zuzuschauen, wie sie hier die Aktivitäten und Kreativität ausspielen können. Mein Portage Country Club ist fast so wie meine zweite Heimat. Und wir verbringen heute den ganzen Tag hier mit vielen Gesprächen und nicht nur über Dienstliches. Ein tolles Buffet erwartet uns hier. Wenn der Tag vorbei ist, kann ich zurückblicken auf eine tolle Zeit mit meinen Freunden hier im Portage Country Club in Akron, Ohio. gymnasium shameless Gegend Kl T basics R hmm 为 mucho